Ich habe den Heidepark mal gemietet, zu meinem Geburtstag. Bitte? What? Willst du mich verkohlen? Wirklich? Das geht? Ja. Den ganzen Heidepark? Ja, Tom und ich haben den zu unserem 18. glaube ich, haben wir uns gemietet. Das ist mein größter Traum. Und wir durften dann mit unseren Autos da drinnen langfahren und dann sind die mit dem Brezelstand noch immer hinterher und dann haben die immer den aufgestattet. Das ist nicht dein Ernst? Ja, zum 18. Das ist ja verrückt. Ich konnte damals nicht so einfach in den Freizeitparken. Darum musste ich den ganzen Park mieten. Also auf der einen Seite tatsächlich... Es ging mir nicht leicht, ich sage es euch. Nein, das glaube ich auch, weil ich glaube tatsächlich, manchmal sind ja genau solche Momente, man möchte einfach was ganz Normales machen mit 18 Fallen. Und dann muss man es auch noch so machen. Aber wie verrückt. Ja, aber war lustig. Vielleicht eine sehr indiskrete Frage, aber weißt du noch, was das gekostet hat? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, die Gage hier wird das nicht covern, das kann ich dir sagen.